Zeit auf ne Lust Hallo und herzlich willkommen mit einer neuen Folge TTT Mit Ceran, Olli, Gamer, Marflord und Nico Hallo So, heute mal extra mit 6 Leuten 1 Detective, 2 Traitors Und Innocence, wie immer Beep INNOCENT Boah, du bist aber auch Du kannst bei mir ein Video sehen, René, dass ich INNOCENT bin, ich lüge die nicht an Jajajaja, was sagen wir ein Lügner? Bei mir ist Gamer Auch in den Rennwinkel sozusagen Alter, ist kein NIE RENSING Ja, sag mal vorderher runter Wer ist das? Saran Weiß Saran, weiß nicht Sehr grad Warst du Saran? Ja Gut Gamer, Alter Gamer, Alter Mach das gar nichts Ja, du bist ver- Das ist normale Deagle Saran Hätt's jetzt auch gesagt, ey Das geh ich halt Nein Nein Wenn mich keiner mag, dann geh ich halt Ja Oh, ich hab mich fast umgebaut Ich hab mich fast umgebaut, ich stand hier gelb vor Ich hab den Fahrstuhl eingeforscht Ja Geh weg von mir, geh weg von mir Auch wenn ich dich mag, geh weg Ich hab den Fahrstuhl Hä? Geh weg von mir Was hast du? Geh ne Brüchstuhl einer oder was? Oh Beim antworten stand ich drunter, ich dachte ich stand rot Was ist das? Ach du Scheiße Gamer Gamer, Gamer, Gamer ist n Ey Hä Gamer? Gamer? Warum schießt der jetzt auf mich? Ist mega Ist mega Du Ist mega Ist mega Was ist denn jetzt los? Oh nein Hallo Leute Willst du jetzt schon los? Ah Ey Ey was geht da mal da hinten? Ich höre noch das Geräusch Das reicht schon Ey Gamer Olli Olli es tut mir leid es musste sein Kein Problem Hauptsache Gamer steht hinterm Ich schrei Gamer nur Ja ich dachte nur Gamer ist ein Schließer genau Ich hatte diesen Nahkampf Thomas Manchmal funktioniert er am Nahkampf gar nicht Ich bin extra noch einen Schritt zurück gegangen damit er wirkt So funktioniert er nie Tymt Illocent Illocent Ne ich bin Traitor Ich hab noch 15 HP Scheiße Gamer Bei mir ist Olli Bei mir ist Olli Bei mir ist Olli Ich bin von der Prücke gespannt Ui 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 Ok, hier oben ist jemand tot, der ist Waddle. Ey, Euromio. Habt den. Der hat zwei Leute gebildet. Wer kommt hier hoch? Ja, ich bin das. Ruhe. Zeran. Und Renélo. Stop. Ok. Hä? Ich kenn nie mein Vertrauen. Ich hab jetzt schon gedacht, ja, wieso springst du einfach? Alter. Mach mir da nie, jag mir da nie so einen Schreck rein. Ich brauche gerade niemanden. Wer lebt eigentlich noch? Ich brauche jetzt noch keinen Kurs muss. Ich brauche gerne einfach nur noch einen Schreck. Ich brauche jetzt noch einen Schreck. Ich brauche jetzt einfach nur ein Schreck. Ich brauche. Ich brauche jetzt, ich brauche. Ich brauche heute deine Unbeleuen. Ich brauche jetzt die Kurs ach mal vloort du weißt dass du der einzige überlebende bist und ich dich die ganze zeit suche ja deswegen war ich ja so erschrocken ich wollte und du springst einfach versteckst du dich habe ich erwischt ich bin nämlich abgehauen da bin ich wieder hochgeflogen zum leuchten und habe der hat wiederbelebt aber der ist mir wunder gefallen ja das dachte ich holly danke dass du mir voll kann ins gesicht geballert hast das ist kein problem ne das macht man gerne der macht das gerne ins gesichtballern ja das ist nichts ich wollte halt nur schießen weil ich hab alle zu attack the family spare tötet seid ihr am arsch ich hab das nicht nur dass zwei Leute top to top obwohl das wollen die zählen ok dann hab ich es mehr denken können als wäre er eben tot wenn er weitergetragen wird da hast du das richtig gemacht ich hab halt mich geärgert dass du genau in dem moment dann runterspringst wo ich dich eigentlich sehen will ja wie kann man denn fliegen fliegen musst du mit dem jetpack und dann wenn du das gekauft hast mit doppelt leertaste äh leertaste ist super richtig gut ist super richtig gut ich war trotzdem one hit global weil ich hab jetzt meinen schaden mit dem jetpack gemacht jemand ist gestorben ja beim aufzug glaube ich was olly bleib stehen bleib stehen du warst beim aufzug ich glaube du bist jetzt mitkommen oben beim aufzug oben beim aufzug und beim aufzug wo ist das wo ist der 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 benetektiv echt ja geht bei mir ist der bei mir ist der し Alberto ja.... beim aufzug wie ist der egal wo ist der bei mir ist der aufzug w stein na ich bin bei Olli, wenn ich du bin, ist es Olli ja, wenn du das willst Olli, ich schieb die Gleis ins Gesicht, ist mir egal 1 Treni, das ist Rennen-Kill, was du machst was machte ich in mir rein, machte ich in mir ein Rennen-Kill Gibt doch gar nichts Hat er jetzt Olli getötet? Nein, Olli lebt noch Aber er redet noch, er redet noch Er redet selten Der geht tief, das heißt, das kann es gar nicht sein Was, musst du überhaupt nicht kurz schleißeln Das wäre ich selber, weiß ich auch Die ist weggepackt, denke ich mal Runden, da hast du drunten? Ich bin nicht Die Seiten ja eigentlich alle Aber warum willst du das denn wissen? Ich fühl mich so alleine Also bist du Traitor Alleine, allein, 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 allein Ich bin innocent, wer ist das? Zoran Zoran, das geht Zoran, das geht Bei mir ist Zoran, Gamer, das kann nichts gutes heißen Bei mir istAccin... Warte, hau doch ab Hält nur ab, hält es vorab Nefs tötig k sirn Eine verwirrt Wearr zwei maul Was, wenn ich? Natürlich Was ist dein Radild equiv Scheiße Zahn, ich hab keine Absicht Mach doch jetzt jetzt Hm 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 Ja Erlebt ja doch alles Ich? Ich kann mir vorstellen, dass ich nichts egal ist Gamer Was? Ich mach nix, ehrlich Was hast du mit Mufflott gemacht? Ne, was soll ich mit Mufflott machen? Was hast du mit Mufflott gemacht? Garnix Was soll ich mit Mufflott machen? Was? Ohhhh Scheiße Oh nein Ach Muffl, ich war ja schon tot Ach Scheiße Mann, Nredi, ich dachte, du wärst unten mit Ceran und Gelmer Und dachte, dann kommt dir jemand hoch und ich könnte mit Bumerang Oh Mann Oh Oh Wann hat die Daumen bewegt? Oh Oh ja Ja Ähm Ich hätte doch einfach Thomas absch...